Wir laden dich ein, zusammen mit uns auf Moldawien zu kommen. Nach den Weihnachtstagen werden wir den Terrenreisen und die Weihnachtspäckchen verteilen. Die HMK sammelt jedes Jahr tausende Päckchen hier in der Schweiz. Die werden von unseren langjährigen Partnern vor Ort an Erwachsene und Kinder verteilt. Diesen Winter hast du die Chance, zusammen mit Christen vor Ort, zum Beispiel in Weisenheimen, Schulen oder Dörfern, Menschen in Not zu beschenken. Romja war auch schon dabei und hat es sehr eindrücklich erlebt. Ich bin selber auch schon dreimal nach Weihnachtspäckchen verteilen. Und was eben so cool ist, es sind Päckchen, die sie sehr Freude daran haben, dass sie zu Weihnachten ein Päckchen bekommen, wo Essen drin ist, Zahnbürste, ich weiss auch nicht was, alles Zeug zum Malen für die Kinder, wo sie sehr Freude daran haben, wo es Leute sind, die nicht viel haben. Das sind so bewegende Geschichten, wo man dann sieht und darum überlegt mich doch, ob es nicht etwas für euch wäre. Meld dich unbedingt an. Unser Anmeldenformular findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf dich.